Dann, wenn sie auf dem Kiesgear fertig ist. Oh, ja. Oh, die Fähigkeiten von Tracer da hat sie... Oh, Flagge? Schon wieder? Bin ich jetzt? Krass. Ich gehe auf den Neu... also auf den Neu-Zets. Deutsch ist besser. Ihr Team hat die Flagge. Ihr Team hat die Flagge erobert. Boah, Tracer streut aber ganz schön, ne? Hat sie schon immer so stark gestreut? Den Resten wollen sie wieder nerven, weil er jetzt viel zu stark ist. Ja, hab ich dir auch schon gesagt, ne? Ja. Ach, deswegen spielt ja Nina jetzt so viele Overwatch, ne? Ich weiß es nicht. Solange Westen noch so stark ist. Ja, das kann so sein, ne? Ich weiß nicht, ob sie überhaupt schon gespielt hat, was für Neu war quasi jetzt. Ich konnte gerade mein E nicht aktivieren. Oster Einschalten! Wieso geht das Beat nicht mehr? Wieso geht das Beat nicht mehr? Ich hab Gold mit 1 Kill? Geil! Geil! Heute sind wir alle Soldaten! Ach, ich nehm's Holger! Der ist der Gereizte! Außer was ich sent an, er ist der Beste! Euro! Euro! Weeper! Der Krieg geht weiter! Der Krieg legt sich um deinen Hals! Der Krieg legt sich um deinen Hals! Der Gegner hat ihre Flagge aufgehoben! Hallo! Ja, ich komm ja nicht hin! Weg Westen! Ich schütze das Team! Der macht sie doch euch! Der Gegner hat ihre Flagge eröffnet! Der macht sie doch euch! Der hat einig, der hat einiges probiert! 1 zu 1! Alter! Ich hasse Besten! Ich hab ihn davor schon gehasst, jetzt lasse ich noch mehr! Ihr Team hat die Flagge! Ich geb nicht auf bis der Jungle... Wenn wir jetzt nochmal die Flagge haben wir doch zwei Punkte, ne? Geht das als Spiel nicht so schneller? Vorbei? Ja, Spawn Camping! Ey, wie overpowered ist'n Besten! Helderspannen! 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 Mit Niemalspannen! Leistungslevel off! Ihr Team hat die Flagge erobert! Schild bei ihr! Ab! 2, 1, 2, 1! Match in Rund! Ja! Du wirst doch einfach hier warten auf den Gegner, oder? Nein! Wir müssen auch die Flagge holen! Wo hast du denn jetzt der taktische Visier? Weil da hinten alle Gegner waren! Ey! Wie sind denn die Legs hier? Wo ist die Flagge? Wo ist die Flagge? 2, 2, 2, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10. Oh mein Gott, ich war bei der Flagge. Keiner war da. Ja, du musst dich verwendet. Du kannst doch nicht alleine hinrennen. Ich war schon da, weil ich die Flagge geholt hab und es versucht hat zurückzuholen. Bin ich hinterher gerannt. Haut mich um so auf, ihr wollt. Ich steh immer wieder auf. Deswegen war ich eigentlich gerade da. Ich brauche hier drüben Heilung. Ich hätte es schon aufgehört. Ich bin nur noch ein Minute, wenn ich mich verkoppel. Ich fand es auch müßlich mit E-Heiß, ne? Weißt du schon? Aber es gibt viele solche Spieler, die einfach nicht selber nicht treten. Das ist einfach nicht weg. Alter, bestens schon die Möglichkeit bei Bewegung heilend zu machen, weil das ist der größte Fehler. WTF! WTF! Der Vito Maker macht irgendwie die ganze Zeit Headshot. Soforttötung. Haben die jetzt auch nachgewandert? Ja, Raket ins Gesicht und überlebt. ... ... ... ... ... ... ... zusammen die gar nicht einfach an uns er hat auch klar der fand ich selber darum geht oder das ist schon zu übertrieben ne? Weston war schon davor? OP! Wow, das gab aber viel EP! Die Windmühle ist ja hübsch! Bereiten Sie sich auf den Kampf vor! Wählen Sie! Was war das denn? Ich wollte gerade Verzi auswählen! Entschuldigung! Das war's! Langem sah! Drei Mal mit Besten zu spielen, den kann ich eigentlich gar nicht! Okay. Zwei! Erobern Sie die egländische Flagge! Passt auf euch auf da draußen! Doch! Dieses Potential! Ich wollte gerade sagen, ist Janina gerade uns beigetreten? Ne! Das will die Unifach! Los Leute! Wir müssen diesen Punkt halten! Boah, was macht denn aus? Da ist ein Gegner! Da spring ich doch mal weg! Mit meinem Würstchen! Alter! Was macht uns der Affe da? Nein! Das war gut, oder? Achtung! Der Gegner ist bei uns drinnen! Nicht mehr! Ich muss den Punkt fassen! Zurück zum Absender! Alter, kann sich ja dauernd teilen! So! Ich muss den Punkt rein! Alter, mich hat der Affe getötet bei der Ulti-Gun mit 1 Schuss. Einmal Wüstung zum Mitnehmen! Aber Bess schon ist ziemlich stark geworden auch mit seinen MG, im normalen Modus, ne? Die sind hinter uns! Alles Gute kommt von oben! Mein Ultimate, lehn auf! Und die sind bereit! Der Tod dringt! Schaut sie ja hinweg! Schaut sie ja hinweg! Schaut sie ja hinweg! Und die Gegner nehmen den Punkt ein! Schaut sie ja hinweg! Ich höre nicht so, dass ich nur ein Affe ist! Dem Punkt! Die Flachen ist wieder in der Basis! ich werde von zwei Seiten immer angegriffen man kann alles ja geil unser einziger Tank nimmt jetzt das andere alter wie viel feige ist denn das jetzt bitte schön kannst du mich mal kurz heilen jetzt aufhören alter sofort voll geheilt der da auch gar nichts mehr der kann sich sehr schnell heilen dieses potenzial alle zu mir oh oh was denken die denn brauchen wir jetzt mal den Diva 0 zu 1 brauchst du Diva? nehm ich dann ich mach es nicht aus schlafen wenig denn war die ganze Zeit hier kann ich eigentlich meine Fähigkeiten einsetzen wenn ich die Flagge hab auch ganz gut Ich hab's gleich geschafft, nur noch ein bisschen! Kommst nicht durch! Hast du nicht gerade eine Ulti gemacht? Ja. Wurde ich nicht geheilt? Wiederbelebt. Wurde ich wiederbelebt? Boah, war unser Team schreiße, ey! Ich hab nur noch abgelaufen. Das kommt ja weg. Das kommt ja weg.